Hallihallo, guten Morgen! 500 Abonnenten. Hier sind die Zettel, die in meinem Lostopf gelandet sind. Und dann, ups, einer sprang schon raus. Ne, der ist noch drin. Dann ziehe ich mal. Melanie Engelhorn. Ich bitte dich darum, mir eine Nachricht zu schicken. Eine E-Mail mit deiner Adresse und wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß und viele schöne Stunden mit den Sachen und ich würde mich freuen, wenn du ein paar Ergebnisse mit den Sachen, die du da gemacht hast, ja, das blendet hier, ne, bei mir in die Gruppe posten würdest. Herzlichen Glückwunsch allen, die mitgemacht haben. Danke und danke für eure Daumen und für eure Kommentare und ich hoffe auf viele weitere neue Abonnenten. Tschüss! 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 Vielen Dank.